Na, dann erzähl ich Ihnen mal, was Sie heute erwarteten. Zuerst müssen wir Sie natürlich aufschneiden. Etwa so, so. Was? Ich dachte, es handelt sich um einen winzigen Schnitt. Naja, ich brauch natürlich Platz, um arbeiten zu können. Deshalb muss ich auch Ihre Rippen aufbiegen, damit ich besser an die Organe komme. Keine Angst, ich nähe Sie hinterher wieder zu. So, und dann... Und dann? Kommt da noch was? Aber ja, dann säge ich Ihnen den Schädel auf. Hä? Davon bekommen Sie natürlich nichts mit. Auch nicht, wenn ich Ihr Gehirn raushole. Sie wollen mein Gehirn rausholen? Ich tue es ja hinterher wieder rein. Nur, nachdem ich es in Scheiben geschnitten habe. Sie wollen mein Gehirn in Scheiben schneiden? Das gehört nun mal dazu. Bei einer einfachen Blinddarmoperation? Nein, nein, ich mache keine Blinddarmoperation. Die macht Dr. Lehmann. Dr. Lehmann? Ja, ja, ja. Ich mache hinterher Ihre Autopsie. Wir sehen uns dann. Hallo, da ist ja meine Gallen-OP. Oh, das ist ja meine Gesichter. Ja!